So, der ultimative Auspackfilm. Zen überwacht alles. Mäh, gickeliki und... Ähm, wie geht das? Oder so ähnlich. Also... Jetzt wird was geschlachtet, Batschu. Schau mal, was da drin ist, hm? Mh... Könnte ja was zum Essen sein, hm? Mh... Was meinst du Cicco, hm? So... Das Raschen tut schon ganz gut. Achtung, einmal ins Bild halten. Ja... So... Ein bisschen Papier... Ich hab jetzt was eingepackt. So... 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 Aha! Den muss ich gut für euch verstecken, sonst ist er weg. So... Ich kenn euch doch. Und noch ein Batterien. Noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Spannend. 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 Noch spannender. Ah ja! Einmal Spaghetti. Mir war ein fürchterliches. Das ist ein bisschen das. Einmal Spann. Einmal Spann. Einmal Spann. Einmal Spann. Ich glaub sie wollen nicht messen, ne? Ich hab die Spann. Ah, eine Verlani. Was sagst du dazu? Ist aber nicht deine. Ah, eine Kaloriendombe. Ah, noch mal Nudeln. Gut. Salami Zwerge. Scheint interessant zu reden. Was schweres. Ach, das ist ja gemein. Streng geheim was da drin ist. Ach ja. Ein Pausenbrot. Dadaadaadaada. Dadaadaada. sardinen mit chili die sind nicht für dich sehr viel zu scharf für euch für die experten noch eine dose ohne emblem ihr seid so gemein zu mir und noch eins wo nichts drauf steht noch eine dose hallo was ist da drin das sieht nach eintopf aus zumindest der größe nach ein wein ohne emblem also nach den pferden wirklich zehn kilo mehr ihr seid schuld noch mal ein wein so jetzt komme ich zu spät in die arbeit weil ich meinte das ist in fünf minuten ausgepackt trotzdem danke danke danke